Dum-Dum-Dum-Dum! Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum! Dum-Dum-Dum-Dum-Dum! Moin heute, herzlich Mach самом zu einer neuen welche Folge Minecraft... Bad wAss Mit dabei ist LM und Meloan. Yoshi Ja wir spielen Bad WAss Wir haben gerade eben 2 Runden hintereinander Gewonnen Keine ahnung wie das jetzt wieder möglich war Aber es ist die Map Frodo hat mit Blas und Holz eingebaut Achtung grün kommt Nein! ich bin jetzt gestorben gegen einen gelben aber ich muss auch sagen bei den runden wo wir gewonnen haben da waren auch sehr gechillte leute dabei jetzt grünern nein uns greift ja jetzt keiner an da können wir uns eigentlich auf polen konzentrieren er hat bei mir einfach in der luft gehängt auch schade achtung grün geht seit ihr quer bei uns kann es sein dass sie angreifen ja machen so grün hat kein bett verloren heißt wir müssen nur noch auf rot gehen ja ich würde kurz auf eisen und rüstung schwann ich greife grün an oder kurz ist ja neben uns und dass die waren doch das wie glas und holz eingebaut haben müssen wir schon mal was wir brauchen werden ist deswegen sage ich ja was haben die es haben dies immer noch so eingebaut achtung jetzt kommt rot ja rot kann kommt von dem ok ist und kämpft gerade gegen grün oder hat gegen grün verloren aber das ist meine chance hat den grün zu eliminieren ja ok ein grün habe ich eigentlich habe ich was gibt es bekommen muss auf einmal erst dürfte nicht auf einmal konsequente kombus das mit rot wird anstrengend sich jetzt schon kommen ja ich habe ein feuer bald wirst ja eine grüne kann jemand ist auch nicht er braucht es halt einfach nur mit wolle ein mann ja ja irgendwie nicht jetzt aber die map ist sowieso übelst du hast du sie dann ist übelst komisch aufgebaut ich würde sagen wir gehen zu gelb weil rot zu geld geld geht ja ich weiß ich bin einfach hinter rot weil sie die bemerken sich die bauen den weg wasser jetzt habe ich die getötet weil sie mich gesehen haben ja das heißt eigentlich schon mal weniger okay wir brauchen scharten das und gold schmäler end eigentlich noch jemand von euch wusel wusel schreibt meine kommentare unten und Bis zum nächsten Mal. 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 Ciao.